wir sind hier unten beim weg der uhr ahnen hier haben wir auch quest glaube ich benutze im weg der urna uhr ahnen um die uhr an auf dem gipfel des aria zu finden okay da liegt nix gehen wir erst mal hier rechts rum oder das klappt so schön hier mit dem einfrieren da sind ring getroppt da ist ein ring getroppt erst mal hier runter da geht es nicht weiter hier runter und level ab sehr schön okay also hier kann man im kreis laufen weiter gehen wir nicht auf den piss hier okay wann ist nie gestorben so also hier sind wir müssen unbedingt in die stadt zurück und müssen uns ein paar heiltränke holen das kann hier bleiben das kann auch hier bleiben zum eiskeller ja gut da gehen wir jetzt nicht schreien da gehen wir dann erst zum schluss rhein bei eiskeller wird auch wieder so extra bonus dann schon sein der eigentlichen nichts mit der story so wo ist denn nein ich komme nicht weg leute immer den auf 1 so den hier wiederholen hier erst mal gucken okay heißt hier gibt es auch wieder dahin wollen wir mal das hier vergeben dann machen wir wieder auf vitalität und hier den phoenix schlag noch weiter aufwerten okay hier geht es dann zum gipfel des ariath also wir haben die beiden ausgaben oder wir haben den ausgang gefunden aber wir werden zuerst da unten in den eiskeller gehen wenn wir hier alles entdeckt haben hier ist eine gewinne okay moment da so hier waren wir noch nicht kampfschrei okay hier ist auch noch ja wir machen erst mal hier oben fertig hier drüber hier gehen wir als nächstes hin noch mehr von den eis dem versteckt das schatz da ist nichts drin mal kurz gucken okay früher waren hier keine dekoration das sieht sehr groß aus ich sag mal zum glück haben wir so viele heiltränke gebunkert ich sag mal zum glück haben wir so viele heiltränke gebunkert wir haben nicht einen halldrang mehr wir müssen in die stadt ja da können wir auch gleich das zeug identifizieren verkaufen guten abend was braucht ihr das kann weg 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 ok das hier kommt hier rein ja wir nehmen nur noch die beiden mit gut das haben wir holen uns noch bei ihr energie weil wenn wir mit ihr sprecht grüßt die energie voll und dann wieder zurück so hier drüben noch mehr von den arsch geilen die axt nehmen wir den halt ok da ist nichts mehr hier oben noch mehr frost das schlöscher ja 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 so hier drüben okay dann entdeckt dann entdecken wir das stück hier noch nein okay hier ist ende so auftaue elixier könnte man vielleicht auch gebrauchen habe ich jetzt aber keine lust raus zu suchen beziehungsweise mir hier anzusammeln so hier runter noch mehr von denen und unser schatten ist schon wieder schlimm also bei den frosting an hälfte gar nicht aus böse urne ich will erst mal der ich will hier erst mal der machen dass wir gegebenenfalls auch ab so so halt rank ja komm wir haben fast alles wir gucken uns erst mal hier um was wir hier noch entdecken und und dann aktivieren wir den bösen schreien okay wir haben fast alles entdeckt hier so hier unten da kommen noch jetzt lasst mich mal angreifen so eine kacke wir gehen morgen zum leuchten zurück